Hallo liebe YouTube-Fans, es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Und das fängt dann an mit einem Giveaway und da habe ich ein paar schöne Preise für euch. Und ich habe mir gedacht, ich stelle das einfach so ein bisschen zusammen nach dem, was ich so an Klicks hatte für meine Videos, was so das meiste Interesse hatte und dann habe ich auch noch einen Sonderpreis zu vergeben. Wir haben mittlerweile auch die 1500er Marke hier an Abos geknackt. Es ist ein neues Jahr, also warum kein Giveaway, habe ich mir gedacht. Ja und dann fangen wir an. Also das erfolgreichste Video letztes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, war hier die kleine Konsole vom Actionmarkt und dann habe ich gedacht, haue ich euch da einen Teil für raus und verlose das. Und ja, das ist also einer der Preise. Dann gibt es hier von Evercade, die haben das freundlicherweise hier gesponsert, ein nagelneues C64 Collection One Modul. Dann einen weiteren Preis und das ist, finde ich, wirklich mit eines der schönsten Module für Evercade, Alvis Awakening Cathedral. Auch original verschweißt, danke an Evercade fürs Sponsoring. Und dann habe ich hier einen ganz besonderen Preis für euch. Der geht auch noch an glücklichen Gewinner oder Gewinnerin. Und zwar die Aschebrot von Moritz Böger. Und das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Ihr seht, das Ganze ist auch handsigniert. Das Buch habe ich auch jetzt hier für diese Verlosung bekommen. Und das Ganze ist auch, finde ich, so eine Art Mission. Denn dem Moritz geht es darum, ja, ich sag mal, das Genre Fantasy und eben auch fantastische Literatur salonfähiger zu machen. Und ja, da bin ich natürlich total dabei und das finde ich klasse. Und so wie ich hier meine Zuschauerinnen und Zuschauer kenne, bin ich mir ziemlich sicher, das geht euch ähnlich. Ja, das heißt also, wir haben hier ein richtig schönes Paket. Ich verlose die Sachen alle einzeln. Ich hoffe, ihr habt Interesse an den Dingen, die ich hier verlose. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an die Sponsoren. Einmal eben Evercade und einmal den Moritz Böger. Sodass ich hier vier fantastische Preise machen kann. Mitmachen dürfen alle, die einen Wohnsitz in Deutschland haben. Es ist einfach so, dass mittlerweile Auslandsporto teilweise irrsinnig hoch ist. Also die letzten zweimal, wo ich was ins Ausland verschickt habe, das ging von 14 bis um 50 Euro irgendwas. Seht es mir nach, aber das ist einfach unwägbar. Das kann ich einfach nicht machen. Ja, und deswegen haue ich ja auch ab und zu immer mal über Twitter oder sonst wo auch mal digital was raus. Dann haben ja andere auch eine Chance. Aber das hier ist jetzt natürlich insbesondere hier für diejenigen, die hier meinem Kanal ständig folgen. Ja, was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Eigentlich ganz einfach. Pustet mir einen Kommentar drunter mit. Ich will. Das haben wir eigentlich immer so gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Der Einsendeschluss bzw. der Teilnahmeschluss. Alle erforderlichen Hinweise, alles rechtliche findet ihr dann natürlich unter meinem Video in den Videobeschreibungen. Und ja, das ist natürlich dann entsprechend verbindlich. Und ja, ich hoffe, dass ich so ein bisschen Danke sagen kann, dass ein bisschen was von dem zurückkommt, was ich an super lieben Kommentaren, tollen Anregungen, unheimlich fantastischen Kanalspenden und was ich hier nicht auch alles sonst wo bekomme, dann an euch wieder zurückgeben kann. Und das ist für mich ein großes Anliegen und ich hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude machen. Ja, die Auslosung wird dann in 14 Tagen sein. Auch das, wie gesagt, Datum etc. schreibe ich euch dann alles in die entsprechende Videobeschreibung. Und das war's und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Auslosung wieder und ich wünsche denen, die teilnehmen, viel Glück. Bis dann. Ciao.